Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Bildbesprechung. Ganz zu Anfang wie immer mein Standardsatz. Schickt mir doch eure Bilder bitte zu, wenn ihr möchtet, dass ich sie hier bespreche. Und zwar unter der hier eingeblendeten E-Mail-Adresse frank.astrofotocolon.de Das Ganze bitte am liebsten als 16-Bit-Tiff in der fertig bearbeiteten Version eures Bildes. Ihr könnt sehr, sehr gerne, das habe ich immer sehr gerne, den Roh-Stack dazulegen. Also das Bild, so wie es nach dem Stacking aus eurer Software rauskommt, aus welcher Software auch immer. Das Ganze geht als FITS-Datei, auch als 16-Bit-Tiff oder als PIX-Insight-Datei kann ich alles öffnen. Ja, dann wie gesagt, per WeTransfer oder Google Drive oder was es da nicht alles gibt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, größere Dateien zu verschicken. Und dann schickt er mir das an diese E-Mail-Adresse. Gut, das erste Bild heute kommt von Stefanie. Und das ist IC 1396. Ja, das ist hier dieser Elephant's Trunk, Elefantenrüssel, Nebel, beziehungsweise der Elefantenrüssel ist ja nur hier dieser Teil. Hier ist der Granatstern. Granatstern, ja, ich glaube nach William Herschel, Granatstern benannt. Ja, hier drin ist ein offener Sternhaufen. Dieser Gasnebel im Kepheus oder Kepheus kann man jetzt im Herbst sehr, sehr gut fotografieren. Die Aufnahme stammt aus dem September. So, Stefanie schreibt, das ist erst ihr zweites, so richtiges Deep-Sky-Foto. Also mit modifizierter Kamera und etwas längerer Brennweite. Sie hätte vorher zwar auch schon gemacht, aber das wären eher so Spielereien gewesen. Naja, ein bisschen Erfahrung scheinst du zu haben. Ich lese erstmal die Bilddaten vor. Das ist ein TS-65 mit 420 mm Brennweite Quadruplet. Dann eine Canon 6D Astro modifiziert. Eine N-EQ6 Pro Syn-Scan. Und das Ganze sind 77 mal 120 Sekunden bei ISO 3200. Ergibt eine Belichtungszeit von 2,3 Stunden. Das Ganze wurde nicht geguided. Das sind also einfach, also natürlich mit der Nachführung geguided, aber nicht aktiv nachgeführt. Zum Beispiel mit einem Autoguider oder so. Dann wurde es bearbeitet im Deep-Sky-Stacker, in Fitswork und in Photoshop. So, ich habe das Bild bei Facebook schon in der Anfängergruppe bewundert gesehen. Und habe spontan gesagt, boah, toll. Gefällt mir ausgesprochen gut. Und jetzt habe ich natürlich bei der Bildbesprechung überlegt, warum denn eigentlich. Das ist mir zuallererst mal aufgefallen. Das ist in meinem letzten Werk. Ich habe nämlich genau dieses Objekt mit einer ähnlichen Brennweite und mit einer sehr ähnlichen Kamera auch neulich aufgenommen. Und das sieht dem sehr ähnlich. Vor allen Dingen sieht es dem farblich sehr ähnlich. Und das finde ich beachtlich. Das ist mein erstes ganz großes Lob. Du hast die Farben perfekt getroffen. Ja, das geht nicht besser. Also, man erkennt hier im Zentrum diese blauen Reflektionsnebel. Auch hier bei dem Rüssel, ja, erkennt man so, im Gegensatz zu den umliegenden Gebieten dieser H2-Region, erkennt man so einen leichten Blauschimmer. Hier um den Granatstern erkennt man hier diese gelb-orangen Reflektionsnebel. Also an dieser Molekülwolke reflektiert sich hier noch das Licht von diesem orange leuchtenden Stern. Also farblich muss ich jetzt natürlich sagen, wenn es meinem Bild ähnlich sieht, finde ich das irgendwie tiptop. Nee, aber wirklich, die Farbdifferenzierung ist toll. Und ich erkenne fast überhaupt keinen Stich im Hintergrund. Könnte man ein bisschen mal gucken, ob da ein leichter Farbstich ist. Das gucken wir uns gleich im Detail an. Aber es ist kein Grünstich, es ist kein Rotstich drin. Und das mit Deep Sky Stacker, wo ich ja immer sage, das ist irgendwie schwer, ein bisschen zu unmöglich, damit vernünftige Farben zu kriegen. Und mit einer astromodifizierten Kamera, wo das nochmal eine besondere Schwierigkeit ist, da irgendwie einen vernünftigen Weißabgleich zu machen. So, ich habe hier das Bild mal im Deep Sky Stacker, ach Quatsch, in PixInsight, Freudschaftversprecher, in PixInsight geöffnet und du hast geschrieben, du hättest so einige Probleme gemacht. Ich habe hier ja erst am Montag ein Video zu Flats hochgeladen und jetzt hast du dazu geschrieben, du hättest bei dem Bild keine Flats verwendet, weil es nicht funktioniert hat. Das ist natürlich jetzt quasi ein gefundenes Fressen für mich. Und aber auch die Feststellung, ja, ich hätte dem Bild gar nicht angesehen, dass es keine Flats hat. Also ehrlich gesagt, hätte ich gedacht, irgendwie da wären Flats verarbeitet gewesen. Also kann ich dem Bild gar nicht ansehen. Ja, fragen ja auch immer wieder Leute, was bringt das denn eigentlich? Ja, in dem Fall stehe ich da ein bisschen blöd da mit der Antwort, weil, ja, wie gesagt, wenn ich jetzt, also wenn ich hätte wetten müssen, hätte ich ein Zehner oder auch 20 Euro gewettet, dass da Flats verrechnet sind. Also scheinbar ist das Teleskop relativ eben oder du hast vielleicht irgendwie auch ein bisschen was abgeschnitten. Habe ich jetzt gar nicht kontrolliert. Gut, aber woher kommen die Probleme? Dann gucken wir uns mal was an. Und zwar hier ist ein Beispielflat. So, so sieht das aus. Ja, das sieht für mich erstmal irgendwie ganz normal aus. Also, ja, ich erkenne hier unten den Spiegelkasten der 6D, ganz typisch. Hier oben noch irgendwas. Ich erkenne eine Vignette, auch wenn die irgendwie zwar nicht rund ist, sondern eher so tonnenförmig. Und ich erkenne hier Staubkringel. So, wenn ich aber jetzt mal weiter rein suche, sehe ich auch, dass das Flats rauscht wie Hulle. Gut, das ist ein Einzelnes. Trotzdem rauscht das wie Hulle. Und jetzt gucken wir uns mal hier unten. Wenn ich mit der Maus über das Bild fahre, erscheinen hier Werte. Das steht jetzt für R 0,1, für G 0,08 und für B 0,09. Was heißt das? PixInsight skaliert Helligkeitswerte zwischen 0 und 1. 0 ist komplett schwarz und 1 ist komplett weiß. Das heißt, in dem Video über die Flats sage ich immer, man soll 50% Sättigung anstreben. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen heller. Fahre ich mit der Maus hier drüber, lese ich hier 10% Sättigung ab und nicht 50%. Da müsste also für RGB stehen 0,5 oder 0,6, ja 60%. Sowas in der Richtung. Aber da steht 12% für Rot, nur 8,5% für Grün und nur 9% für Blau. Das Flat ist also massiv unterbelichtet. Deswegen rauscht es wahrscheinlich auch so stark. Und es ist nicht auszuschließen, dass du deswegen auch Probleme kriegst. Also, das Video nochmal anschauen zum Flat machen. Ich habe eine Vermutung schon, warum das so ist. In dem Video sage ich, du hast eine Canon 6DA. So, dann nimm den AV-Modus, ermittle die Belichtungszeit, die du für das Flat brauchst. Dann wechselst du in den M-Modus, verdoppelst die Belichtungszeit. Verdoppeln heißt, die Belichtungszeit länger machen. So, dass du auf diese 50% Sättigung kommst. Ich vermute, dass du einfach nur den AV-Modus benutzt hast. Oder noch irgendwie einen ganz anderen Ratschlag verfolgt hast. Oder es freie Schnauze gemacht hast. Oder, 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 oder. Es ist definitiv unterbelichtet. Und zwar massiv. Und das kann, muss nicht, aber kann zu Problemen führen. Was auffällig ist, das habe ich noch nie gesehen. Das wusste ich quasi nur aus der Theorie. Ich sage immer, dass unterbelichtete Flats stark rauschen. Aber hier sieht man auch mal, wie das dann rauscht. Ja, also, Flat sieht eigentlich viel, viel, viel glatter aus. Dann hast du hier ein Bild, das heißt Deep Sky Stacker Fail. Und was man hier erkennen kann, ist nicht uninteressant. Und was man hier erkennen kann, ist, dass plötzlich links oben in der Ecke alles verschmiert. Was ist da los? Meine Vermutung ist, dass hier Deep Sky Stacker nicht mehr in der Lage ist, die Sterne vernünftig aufeinander zu registrieren. Und in anderen Bildteilen irgendwie schon aufeinander registriert. Und dann passiert das, was eigentlich auch eingestellt ist im Deep Sky Stacker. Nämlich alle Objekte, die nicht aufeinander zu liegen kommen, werden von der, ich nenne die immer Ausreißer-Statistik, weggebügelt. Als gehört da nicht hin. Also, ich vermute, dass die Sterne hier oben links im Feld nicht mehr übereinander zu liegen kommen. Also, der Schritt der Registrierung hier nicht mehr sauber funktioniert. Jetzt schreibst du, dass die Registrierung dann nicht funktioniert oder dass dieses Phänomen dann auftritt, wenn du diese Korrekturbilder, Flats, Darks und Bias benutzt. Und ja, meine Vermutung ist so ein bisschen, dass du durch falsche Flats, falsche Bias, falsche Darks vielleicht auch hier Signal abschneidest. Und dadurch das Bild irgendwo recht dunkel wird. Und deswegen vielleicht die Registrierung dann nicht mehr funktioniert. Also, hier muss man mal forschen, wo was schiefgelaufen ist. Meine Vermutung geht so ein bisschen in die Richtung. Das kann ich aber nicht mit 100%iger Sicherheit sagen. Gegebenenfalls wäre es auch wichtig, mal dann die entsprechenden Einstellungen, was die Sternregistrierung geht, um die Sky-Stacker zu verändern. Auch das habe ich in irgendeinem Video mal angesprochen. Ich glaube, das sind diese zwei Videos, was passiert beim Stacken. Ich denke, da habe ich irgendwie über diesen Sternerkennungsalgorithmus gesprochen. So, gucken wir uns schnell noch andere Bilder an. Das ist ein Rohbild. Das sieht sehr, sehr, sehr ähnlich meinem Machwerk. Und das Einzige, was mir jetzt hier noch auffällt, ist, dass die Sterne bei zwei Minuten Belichtungszeit ohne Nachführung nicht mehr rund sind. Und das finde ich sehr schade. Das würde dein Bild nämlich wirklich noch den letzten Schliff geben, wenn die Sterne rund wären. Das ist so ein bisschen schade, weil du hast es drauf. Das muss man ganz klar sagen. Du hast irgendwie wahnsinnig viel schon richtig gemacht. Und das sind Kleinigkeiten. Ja, natürlich ist das keine Kleinigkeit. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Kleinigkeit, die man schnell abstellen kann, ja, für 800 Euro. Wenn man sich ein M-Gen kauft, oder kostet er 700 Euro? Ich weiß es gerade nicht, ja. Wenn man sich ein M-Gen kauft, dann geht das alles wunderbar, inklusive Dissering und allem Pipapo. Ja, ist schnell dann abgestellt, das Problem für 700 Ocken. Alternativ, ich höre sehr viel Gutes von ACR. Habe ich selber noch nicht getestet. Ich höre Leute, die völlig aus dem Häuschen sind und sagen, wie toll das funktioniert. Muss ich mir irgendwann mal antun? Ja, das klingt abfällig. Nee, möchte ich gern irgendwann mal testen. Aber für mich besteht die Notwendigkeit nicht, weil ich mit meinem M-Gen total zufrieden bin. Insofern warte ich mal ab, ob sich irgendwann irgendwie die Gelegenheit ergibt, das mal zu testen. Aber werfe ich jetzt einfach mal auch in den Raum. Ansonsten, wenn du einen Laptop hast, sowas wie Astro Photography Tool oder Nina ist ganz schick. Das werde ich mir auf jeden Fall mal demnächst anschauen. In Verbindung mit PHD 2. Dazu findest du auch Tutorials auf meinem Kanal. Ja, also geh mal das Thema Autoguiding an. Ja, dann haben wir das Problem auch gelöst. Und alles andere klappt bei dir schon sehr, sehr gut. Das ist ein Beispiel Bias. Das sieht völlig normal aus. Das ist ein Bias, wie ich es von der Canon 6D erwarten würde. Überhaupt nichts Auffälliges. Vielleicht das hier unten. Das sieht ein bisschen nach Verstärkerglühen aus. Würde mich wundern. Habe ich bei meiner 6D nicht. Aber kann durchaus sein. Ach so, das ist dann der Stack irgendwie. Ja, du hast das Bild ein bisschen beschnitten. Deswegen, das ist dann der Stack, wie er aus dem Deep Sky Stack herauskommt. Nur mit den Lights, also ohne Korrekturbilder. Und da scheint es ja zu funktionieren mit der Registrierung. Alles, was man sieht, ist irgendwie das starke, hier unten typische Bild bei der Canon 6D. Das ist wie gesagt der Spiegelkasten. Leichte Auffällung hier links. Aber insgesamt scheint die Optik gut auszuleuchten. Dennoch, selbst in dem Fall, wenn man sagt, ich brauche eigentlich keine Flats. Ich habe weder Staub noch großartige Vignettierung. Bringen die Flats immer noch was. Also, zusammenfassend, wahnsinnig viel richtig gemacht. Es kann übrigens auch sein, dass dadurch, dass die Sterne so ein bisschen eierig sind, das mit dem Registrieren in den Ecken nicht mehr klappt. Könnte ein anderer Grund sein. Also, Problem ist, die Registrierung bei deinen Bildern funktioniert nicht richtig. Und sie funktioniert noch schlechter, wenn du diese Flats und Bias benutzt. Deswegen würde ich hier mal nachforschen, irgendwie, warum sind deine Flats zum Beispiel so dunkel. Hier nochmal ganz genau nachforschen, wie man Flats, Darks und Bias erstellt. Und es dann einfach nochmal versuchen beim nächsten Objekt. Ansonsten kann ich auch nur dazu raten, ich bin kein riesen Fan vom Deep Sky Stacker. Ich werde demnächst nochmal ein Video über Serien machen. Kostet ebenfalls nichts und bietet obendrein noch irgendwie Gradientenentfernung und Farb, hier, wie heißt das, Farbkalibrierung an. Und ja, also vielleicht guckst du dich auch nochmal nach einer anderen Software um. Obwohl du es ja mit dem Deep Sky Stacker eigentlich ganz gut im Griff hast. Aber, ja, vielleicht noch als Anregung. Gut, ja, also ich hoffe, das hat dich motiviert. Wie gesagt, ich habe das Bild bei Facebook schon gesehen und habe hier auch beim Öffnen gleich gesagt, gefällt mir total gut. Also, ich zeige es nochmal kurz. Ja, ich bin ein Fan davon, von den Farben irgendwie. Das sieht wirklich sehr ansprechend aus. Dafür, dass es erst ein zweites richtiges Bild ist. Ganz großes Lob. Und den Rest kriegst du auch noch hin. Jo, und das nächste Bild, das ist jetzt bereits die dritte Einsendung von Steve. Der war schon zweimal dabei. Das ist jetzt sein drittes Bild. Das ist Vandenberg 141, der Geisternebel, ebenfalls im Kifoist, glaube ich. Und die Bilddaten. Das ist ein TS Photonewton 8 Zoll F4. Also der Klassiker 200 Millimeter Öffnung, 800 Millimeter Brennweite mit einem Bader Multipurpose Kuma Corrector. Dann eine Ioptron CEM60. Da sehen wir gleich mal noch ein paar Bilder. Steve hat sich nämlich eine Sternwarte gebaut und die Montierung sich extra dafür gekauft. Schauen wir gleich auch mal an. Dann die Kamera ist eine Omegon Pro Fitec 1600. Das ist, wenn ich richtig informiert bin, die Color-Variante dieses 1600er Chips. Das ist, ich vergesse die Bezeichnung von dem Chip immer. Hast du dazu geschrieben? Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ja, bekannter Chip. Ja, in der Schwarz-Weiß-Variante sehr bekannt. In der Color-Variante kommt er mir nicht so häufig unter, aber ihr wisst, was ich meine. Dann sind das 52 mal 900 Sekunden. Das ist also eine richtige Ladung, Belichtungszeit über zwei Nächte aufgenommen. Das ist natürlich das Feine, wenn man eine eigene Sternwarte hat, dass man dann irgendwie mal zwei Nächte durchballern kann. Und dann kann man sehr, sehr schwache Objekte aufnehmen, wie zum Beispiel diesen Geisternebel hier. Jetzt schreibst du gleich selber, dass du nicht so richtig zufrieden wärst mit dem Bild. Und da muss ich gleich mal widersprechen und sagen, Junge, Junge, überleg mal, was du da aufnimmst. Das ist ein Dunkelnebel, der strahlt bei dir irgendwie richtig, richtig hell. Man sieht unglaublich viel Dunkelnebel drumherum noch. Und da muss man mal irgendwie sich nochmal kurz klar machen, was wir da heute teilweise anstellen mit unseren Kameras und Teleskopen und was für schwache Objekte. Das ist ein richtig, richtig schwaches Objekt irgendwie wir fotografieren. Nur mal, um so eine Perspektive zu bekommen. Ich bastel gerade an meiner Homepage, an einer neuen Homepage. Und da habe ich alte Bilder von mir gefunden. Das ist der Irisnebel, der ist direkt nebenan. Das Bild ist von 2009 mit, können wir mal gucken, was hier steht, mit einem TMB 80600 bei 510. Das ist also F zu 6 irgendwas, F zu 6,5. Nur belichtet drei Stunden mit einer uralt Canon 350D Astro modifiziert. Ja, das sind Kameras irgendwie, die entsprechen heutigen Standards nicht mehr. Aber der ein oder andere hat vielleicht noch eine 450D oder so. Das war der Nachfolger. Also so im Bereich das, was heute die, zum Beispiel die 600D ist ja sehr verbreitet. Das ist so in der Klasse. Aber man sieht irgendwie hier, das rauscht wie Hulde nach drei Stunden. Und dabei kommt das raus. Also da war ich selber damals irgendwie auch enttäuscht. Und dann gucken wir uns jetzt nochmal ganz kurz nur, um die Perspektive zu kriegen, deinen Standort an. Ja, ich will hier eigentlich aus Datenschutzgründen sowas nicht bekannt geben. Aber du hast ein Foto von einer Sternwarte geschickt. Da steht der Ort unten drin. Und deswegen habe ich mal geguckt und das ist hier im Saarland an der Grenze zu Luxemburg. Du hast auf Deutsch gesagt, hier in Luxemburg, warum sind die eigentlich so hell? Saarbrücken im Süden, hier irgendwie Frankfurter Großraum. Das heißt, du bist hier in so einer gelben Zone und du schreibst Portal 4. Ja, man kann da Astrofotografie betreiben. Dein Nachbar macht das ja auch. Und ihr macht beide irgendwie tiefe Fotos. Also das funktioniert. Aber nur mal zum Vergleich. Ich fotografiere hier. Da ist es deutlich dunkler. Also das Bild vom Irisnebel ist hier oben entstanden. So, das nochmal, um eine Perspektive zu kriegen oder um Vergleich zu haben, was es überhaupt heißt, so ein Bild zu erstellen. Dann habe ich, wie gesagt, hier in dieser grünen Zone mit einem 24 Zoll Teleskop das gleiche Objekt mal fotografiert. Dann sieht das so aus. Das ist natürlich irgendwie jetzt deutlich rauschärmer und man erkennt auch deutlich viel mehr Details. Aber auf eine Art musst du dich irgendwie nicht verstecken, was das Signal deines Bildes angeht. So, Kritikpunkt, den ich hätte, ist, wenn wir das mal mit unserem Bild vergleicht, hast du es sehr hochgezogen. Und was dabei passiert, ist natürlich, da kommt viel irgendwie zum Vorschein. Ja, viel Nebel zum Vorschein, aber auch viel Mist zum Vorschein. Also komische Gradienten rauschen und die Sterne werden fett, ja. Die werden relativ dick. Also, ich glaube, du musst es gar nicht so dolle stretchen. Und dann sieht es vielleicht auch noch ein bisschen mystischer aus. Das ist ja generell ein sehr mystisches Objekt hier mit diesen Geistern, die da irgendwie so hui hui machen. Ja, also ich finde das ja ganz süß. Die sehen ja wirklich aus wie Geister. Okay, gut. Wir gucken uns mal das Rohbild an. So, das ist das Rohbild. Und da war ich ganz kurz, habe ich gedacht, hui, was ist denn hier los? Man sieht eins sofort und das ist die, ja, berühmte Überkorrektur der Flats. Darüber gibt es ein Video von mir. Und es gibt prinzipiell drei Möglichkeiten, wie diese Überkorrektur zustande kommen kann. Also, was ist die Überkorrektur? Man sieht, dass das Bild hier in der Mitte dunkel ist und außen hell. Also entgegen den Erwartungen. Man wird bei einem Teleskop immer erwarten, dass die Ecken dunkel sind und die Mitte hell. Dann macht man Flats und dann soll das irgendwie alles eben sein. Und jetzt hast du Flats gemacht und damit hast du es irgendwie ins Gegenteil gedreht. Und jetzt ist der Rand heller. Die Ecken sind heller als die Mitte. Also, das ist die Überkorrektur. Es gibt drei mögliche Ursachen. Möglichkeit eins ist, wie gerade auch bei der Stefanie, deine Flats sind vielleicht zu dunkel. Ja, also zu dunkel belichtet, deutlich unter 50% Sättigung vielleicht belichtet. Das ist eine Möglichkeit. Möglichkeit Nummer zwei, ein Klassiker, wäre bei den Flats muss das Bias-Signal aus den Flats raus und das Bias-Signal muss aus den Lights raus. Das heißt, wenn du Bias gemacht hast, hast du, glaube ich, geschrieben, dass du die gemacht hast, dann müssen die den gleichen Gain haben und so weiter und so fort. Und eben auch verrechnet werden. Ich weiß nicht, du hast es mit Pics Insight gemacht. Jetzt kommt es noch so ein bisschen darauf an, ob du es mit dem Batch-Preprocessing-Script gemacht hast, mit dem Weighted-Batch-Preprocessing-Script. Da können auch Dinge schief gehen bei der Zuordnung, zum Beispiel beim neuen Weighted-Batch-Preprocessing-Script. Irgendwie muss man ein bisschen aufpassen, wo man diese Bias hin tut. Empfehlen tue ich dir aber grundsätzlich, das ist so eine Empfehlung, das muss nicht sein, aber dadurch, dass bei diesen CMOS-Kameras, den neueren CMOS-Kameras, die so in den letzten Jahren stark populär geworden sind, das häufig auftaucht, würde ich dir empfehlen, statt Bias für die Flats sogenannte Dark Flats zu machen, sprich Darks mit der Belichtungszeit von den Flats und selbstverständlich den gleichen Gain-Einstellungen. Dann bist du auf der sicheren Seite, was das angeht. Dann, und das ist neu, dritte Möglichkeit wäre, dass die Flats vielleicht zu kurz belichtet sind. Das habe ich in diesem Video, wo es um diese Überkorrektur geht, angesprochen, hat damit zu tun, dass bei sehr kurzen Belichtungszeiten der Analog-Digitalwandler, glaube ich, irgendwie nach oben schießt und irgendwie ein höheres Signal produziert als, sagen wir mal, bei zwei Sekunden Belichtungszeit oder bei einer Sekunde Belichtungszeit. Das heißt, komischerweise verhält sich dann da der Chip nicht mehr linear. Das ist einfach ausgedrückt, ob ich das wirklich 100% verstanden habe, weiß ich selber nicht, aber Tatsache ist, diese Überkorrektur tritt viel, viel häufiger auf, seitdem es diese CMOS-Kameras gibt und ein Problem, was in vielen, 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 vielen Forenbeiträgen besprochen wird und was da häufig irgendwie bei rauskommt, ist, dass die Flats zu kurz belichtet sind. Also, meine, die Belichtungszeit in Richtung eine Sekunde oder zwei Sekunden sogar gehen. Damit kann man überhaupt nichts falsch machen, ist völlig auf der sicheren Seite. Kann sein, dass es auch mit einer halben Sekunde Belichtungszeit schon getan ist, aber mit einer Sekunde oder zwei Sekunden Belichtungszeit ist man einfach auf der sicheren Seite, Punkt. Jo, das fällt mir dazu ein, dann, wenn ich das Bild sehe und dann das Endergebnis sehe, muss ich sagen, junge, junge, gute Leistung bei der Bildbearbeitung, klar. Wenn man das dann sieht nochmal irgendwie, dann weiß man auch plötzlich, wo hier diese blaue Ecke herkommt und warum das irgendwie hier blau ist, hier rötlich, hier wieder blau wird. Also, wegen dieses starken Gradienten. Das heißt, Bildbearbeitung läuft bei dir. Das funktioniert ganz gut. Also, herzlichen Glückwunsch, dass du aus dem Bild hier das finale Bild rausgeholt hast. Also, klopf dir mal ein bisschen auf die Schulter und sag irgendwie, da läuft schon vieles richtig. Wir müssen nur gucken, was noch falsch läuft und wie man das irgendwie abstellen kann. Also, Rohbilder sind sehr, sehr wichtig, ja, dass man gutes Ausgangsmaterial für die Bildbearbeitung hat. Und wenn ich jetzt sowas auf meinem Bildschirm nach dem Stacken hätte, würde ich das nicht bearbeiten. Ich würde zurückgehen und sagen, was ist schiefgelaufen, warum habe ich diese Überkorrektur und würde da erstmal ansetzen, damit ich erstmal im Anschluss ein ebenes Bild hier bekomme. Ja, also da hätte ich jetzt, Frank, hätte da gar nicht erst weitergemacht. Und nochmal, du hast an dem Punkt offensichtlich weitergemacht. Und dafür hast du meinen Respekt, denn das Ergebnis ist ganz schön gut dafür. So, ein allerletzter Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, wenn man ein bisschen reinzoomt, erscheint mir das Bild etwas unscharf. Woran das jetzt liegt, ob es Kollimation ist, dann gehst du mal zum Nachbarn, der kann das nämlich sehr gut. Und vielleicht hast du aber den Fokus nicht hundertprozentig getroffen. Ja, da weiß ich nicht. Seeing kann auch immer mal sein, kann auch immer mal eine Rolle spielen. Darüber bereite ich gerade ein Video vor. Da möchte ich jetzt nicht allzu viel vorwegnehmen. Aber dadurch, dass die Sterne so ganz, 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 ganz leicht eierförmig sind, vielleicht ist das ein Indiz für was auch immer. Ja, also so ein bisschen, bisschen mehr Schärfe in dem Rohbild hier, könnte man bei dem Teleskop schon erwarten. Also da nochmal gucken, ob man da nicht noch ein bisschen was rausholen kann. Ja, auch hier, ich hoffe, das ermutigt, sei nicht allzu streng mit dir. Ja, natürlich, es werden gerade, also gerade in den letzten zwei Wochen habe ich viele Bilder vom Geisternebel in Foren und auf Facebook gesehen, wo ich gedacht habe, wow, Respekt. Ja, wenn ich mir dann das eigene Machwerk angucke, denke ich immer, dafür, dass ich irgendwie hier mit einem 24-Zoll-Teleskop rumgefuhrwerkt habe, beziehungsweise ich habe nur die Bildbearbeitung gemacht, aufgenommen habe, das wäre anders. Waren da schon ganz schön gute Ergebnisse, die ich gesehen habe mit kleineren Geräten auch. Was ich sagen will, ist, man lässt sich vielleicht so ein bisschen davon auch verrückt machen und verrückt machen im Sinne von, dass man denkt, ja, ich muss das irgendwie toppen oder so. Also, nochmal, das ist ein sausauschweres Objekt und das darf man nicht vergessen. Das ist einfach so. Dunkelnebel sind die Königsdisziplinen der Astrophotografie, wenn man so will. Und dafür finde ich das schon richtig gut. Vielleicht nicht so dolle Stretchen, nur weil du irgendwie andere Bilder gesehen hast, wo das Objekt so strahlt irgendwie. Du darfst auch nicht vergessen, wenn man so mal bei Facebook guckt oder so. Da sind Leute unterwegs, die sind bevorteilt, was ihren Standort angeht. Ich war neulich im Urlaub in Bayern, habe mich mal kurz irgendwie auf eine Alm gestellt und bin fast umgefallen, was da für ein Sternenhimmel ist. Da gibt es Leute, die gehen in den Garten irgendwie und haben irgendwie einen Alpenhimmel. Die haben vielleicht, was weiß ich, locker 21,6 oder 21,7 Mark oder so Himmel und machen dann mal eben fünf Stunden Dunkelnebel und das Ding kommt raus wie nichts Gutes. Also ja, ein bisschen vorsichtig sein. Ich werde wahrscheinlich noch auf meinem Sterbebett sagen, dass dunkler Himmel das Wichtigste ist. Und ja, du bist da nicht so wahnsinnig im Vorteil. Also man kann bei dir Astrophotografie betreiben. Das sieht so ein bisschen aus von den Lichtverschmutzungskarten wie bei meinen Eltern zu Hause, wo ich, ich komme hier oben aus dem Bergischen Land. Also das hier so, das ist ähnlich. Deswegen weiß ich, war neulich noch erst da und weiß, wie dann der Himmel da aussieht. Man sieht zwar die Milchstraße, das ist schon mal ganz gut, aber das ist nicht vergleichbar mit der Eifel oder mit Hunsrück und solchen Dingen. Also ein bisschen das Ganze in eine Relation setzen, ein bisschen weniger stretchen und gucken, woher dein Flatproblem kommt und vielleicht nochmal am Fokus arbeiten. Ansonsten herzlichen Glückwunsch zur Sternwarte. Da gucken wir uns zum Abschluss noch die Bilder an. Ja, davon träumt jeder die eigene Sternwarte mit einer schönen Montierung fest aufgestellt auf so einer Säule. Ja, muss man dann nur das Dach aufmachen und dann kann man auch schon loslegen. Ich kann am Bild sehen, wie es riecht. Ja, gibt keinen schöneren Geruch als frisch verarbeitetes Holz. Ja, sieht toll aus. Das träumt jeder von ganz klar. Und hier das Ganze noch bei Nacht und da stand auch der Ort. Ja, super schön. Freut mich für dich und ja, die anderen Probleme kriegst du auch in den Griff. Ja, okay. Vielen Dank.